Also, das Singfordger ist das allerbeste, was es überhaupt gibt von die Amerikaner und von die amerikanischen Firmen Microsoft. Und das Singfordger, das kommt hinzu... Ja, aber das ist doch nicht mehr Microsoft alleine, das ist doch jetzt Applesoft. Applesoft, Singfordger von Microsoft. Was? Nein, jetzt haben sie es nicht total verstanden. Microsoft, die gab es früher, Apple gab es auch früher, jetzt zusammen heißen sie Applesoft. Applesoft, also das Singfordger von Applesoft, ist wirklich das allerbeste und da muss jeder, das muss jeder akzeptieren. Was? Das ist aber gar nicht der Text, den haben sie aber jetzt improvisiert, oder? Nein, das habe ich. Ich habe das jetzt so gesagt, bis es auf Seite 14 steht. Ja, aber ich habe doch bloß zwölf Seiten mit sechs Verschrift. Ja, aber das haben wir doch vergrößert. Ach so, stimmt, habe ich wieder vergessen. Macht ja nichts. Ah Gott sei Dank. Sind Sie jetzt auch ein bisschen nervös, gell? Ja, natürlich. Der Singfordger wird die Welt verändern. Eine Erfindung von Micro Apple Corporation. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020